Aua! 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 Was ist denn hier? Also die Atme ist aber auch mal angezogen. Spiel das Lied Mr. Vaughn. Unseren Lieblingssong. Auf das die fliegenden Untertassen in Frieden kommen. Liaison dangereux. Sicher. Ich hab schon bunte Stickers auf deine Bonn geklebt. Katzenbaby Sticker für alle Alien Boys. Lothar Matthäus' Voice. Diese Erde ist so rund wie ein Ball. Deswegen laufen die Menschen, denn keiner möchte herunterfallen. Bunt ist das Dasein und Granaten stark. Brief der Erfinder des Großen und Ganzen nach einem harten Tag. Wir könnten auch ins Planetarium fahren. Sagt er, ich lade dich ein auf Cola und Tomaten. Ja, was gibt's bei ihnen eigentlich der Kopf? Ja. Du. Bemühst dich redlich um Akzeptanz in der Hochhausplatte. Doch wenn sie dich büßen, steck deine Hand in der Hosentasche. Fast. Ich klassifizier dich, stempel dich ab als Swag. Ist der Großstadt-Dialekt. Ha, 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 ha. Yo, der Schlaflos, machende Straßenpathos ist Drama-Kingland. Schluck die Gin auf den Boden für die begrabenen Fähr. Baut in Frieden, bis ich folge, wenn die Zeit benaht. Doch vorher stell ich eure Weekend-Parts mit einem Wein ins Grab. Ja. Lass ihn hier einfach frei rumlaufen. Ich lass ihn hier alles voll. Alles voll fassen. Naja.